Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Dienstag, dem 30. Juli 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 662. Und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Apple-Karten, Elon Musk, Linus Torvalds, To-Do und Captain Marvel. Ich beginne mit den Apple-Karten. Schon in der letzten News-Folge vom Geek Talk, dem Mutter-Podcast, haben der Achim und ich über die Autos von Apple berichtet, die aktuell wieder durch Deutschland kurven und dieses, ja, wie soll ich sagen, Streetview-ähnliche Feature von Apple, das deutlich flüssiger läuft, eben aufnehmen sollen. Unter anderem geht es aber nicht nur darum, es geht vor allem darum, laut Apple, dass man die ganzen Kartendetails erneuern möchte und genauer machen möchte. Aber natürlich nimmt man auch die ganzen Bilder dazu auf, eben für diese Funktion. Lookaround nennt sich das Ganze. Und ja, laut der Datenschutzaufsichtsbehörde von Bremen, genau, ist nämlich so, dass das Ganze nicht erlaubt werden wird in Deutschland, genauso wie es bei Streetview auch nicht so ist. Apple nimmt sich das dennoch heraus, es schon mal aufzunehmen, dass, wenn es dann irgendwann mal geht, sie zumindest schon mal grundlegende Daten haben. Ich bin ja gespannt, wie lange Deutschland noch ein rotes Tuch, ein schwarzer Fleck oder was auch immer, auf diesen ganzen Kartenfunktionen bleiben wird. Wenn wir gerade auf der Strasse sind, da passt Elon Musk hin mit seinem Tesla. Und da hat er schon mehrfach betont, dass die Bildschirme, welche in der Mitte drin verbaut sind, nicht nur eben für die Anzeigen und Einstellungen und das Navi sind, sondern auch für die Unterhaltung dienen. Dazu hat er auch, ich glaube, Anfang des Jahres die ersten Spiele veröffentlicht, die da reingerutscht sind. Und jetzt hat er bekannt gegeben, dass nächstens Netflix und YouTube freigeschalten wird. Das Ganze geht jetzt, weil der Browser oder das Onboard-System im Browser HTML5 Unterstützung erhalten hat und somit ist da nicht mehr viel im Weg, bis das Ganze dann umgesetzt wird. Floppy Disk, kennt ihr die noch? Wahrscheinlich die Jüngeren weniger als die Älteren. Das sind die quadratischen, nicht ganz quadratischen Plastikdinger mit einer runden Scheibe drin, wo wir früher unsere ganzen Daten, unsere Spiele, unser alles quasi gespeichert hatten. Bilder und Dokumente. Ganz früher natürlich sogar noch für das Betriebssystem. Aber das war eine ganz andere Zeit. Ja, Linux hat immer noch eine Unterstützung dafür. Doch die wurde jetzt gekickt. Denn die Treiberunterstützung in der aktuellen Linux-Distribution ist weggefallen. Unter anderem vor allem deshalb, weil derjenige, der die Floppy-C-Treiberbiothek bearbeitet und ja, wie sagt man dem, auf dem Laufen gehalten hat, derjenige, der hat keine aktuelle Hardware. Und somit wird es eben halt keine Unterstützung geben. Aber Linux wäre nicht Linux, wenn da nicht wer anders einsteigt und ihn unter die Arme greift, dass auch die Floppy-Disc weiterhin noch betrieben werden kann. Und man nicht ausweisen muss auf USB, Floppy-Disc oder virtuelle, obwohl die ja anscheinend auch so ihre Probleme haben, wie man lesen konnte. Die zwei letzten Meldungen, zum einen Microsoft To-Do, die App, die ich immer wieder mal hier bespreche in den News, die hat vor nicht allzu langer Zeit eine Funktion in der Android Beta bekommen, wobei man Aufgaben einem anderen Teammitglied übergeben konnte. Das wurde jetzt ziemlich schnell plattformübergreifend ausgerollt. Heisst für iOS, für macOS, für Windows und all die anderen Plattformen, wo es das Ganze gibt, ist die Funktion jetzt auch mit drin. Und zu guter Letzt, wer ihn noch nicht gesehen hat, Captain Marvel, der Film. Ein kleines Review dazu gibt es im pokipsi.ch-blog zum Nachlesen. Wer sich interessiert, vielleicht auch derjenige, der es schon gesehen hat, lest es mal durch und gebt uns doch ein Feedback. Ich bin gespannt, wie ihr den Film gesehen habt. In diesem Sinne, das war es für den heutigen Tag. Morgen gibt es wieder eine Sendung, hoffentlich wieder um 4 Uhr, wie es eigentlich standardmässig ist. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.